Für größere Vorhaben, für größere Projekte ist in Österreich eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Das geht auf die Umweltverträglichkeitsprüfungsrichtlinie der Europäischen Union zurück. Nicht immer ist es auf den ersten Blick logisch, warum für manche Projekte eine UVP durchzuführen ist und für manche nicht. Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen in dieser Ausgabe von drei Minuten Umweltrecht sprechen. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander von der Rechtsanwaltskanzlei Niederhuber & Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Das österreichische Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, das UVPG, setzt die Vorgaben der UVP-Richtlinie auf europäischer Ebene in nationales Recht um. In § 1 heißt es dort, dass die Aufgabe der Umweltverträglichkeitsprüfung, die ist unter Beteiligung der Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage die mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen von einem bestimmten Vorhaben auf die geschützten Güter, auf die Umwelt im Allgemeinen entsprechend zu beschreiben und zu bewerten. § 2, Absatz 2 UVP-Gesetz verrät uns dann wiederum, was Vorhaben sind, weil nur Vorhaben können überhaupt dem UVPG unterfallen. Vorhaben sind demzufolge Anlagen oder sonstige Eingriffe in die Natur und alles, was damit in einem sachlichen bzw. räumlichen Zusammenhang steht. Damit ist es allerdings noch nicht getan. Nicht alles, was ein Vorhaben ist, ist automatisch UVP-pflichtig, sondern nach dem § 3 UVP-Gesetz nur jene Vorhaben, die im Anhang 1 zum Gesetz auch entsprechend genannt sind. Im Anhang 1 zum UVP-Gesetz gibt es verschiedenste, wir nennen es Tatsbestände, die in aller Regel, nicht immer, aber meistens, bestimmte Schwellenwerte kennen. Ist ein solcher Schwellenwert überschritten? Ist es UVP-pflichtig? Ist der Schwellenwert nicht überschritten? Ist das Vorhaben nicht UVP-pflichtig? So ist beispielsweise eine Deponie für gefährliche Abfälle immer UVP-pflichtig, während eine beispielsweise Massenabfalldeponie erst ab einer Kubatur von einer halben Million Kubikmeter UVP-pflichtig wird. Oder eine Rohrleitung, die, egal ob jetzt Öl oder Gas durchfließen soll, erst ab einer Länge von 40 Kilometern und einem Mindestdurchmeister von 80 Zentimetern UVP-pflichtig sein soll. Wenn das ganze Projekt, das ganze Vorhaben in einem geschützten Gebiet umgesetzt werden soll, dann halbieren sich in aller Regel die Schwellenwerte. Wenn die Schwellenwerte nicht erreicht sind, dann bedeutet das gleichzeitig, dass keine UVP durchzuführen ist und dass keine Genehmigung nach dem UVP-Gesetz einzuholen ist. Das bedeutet allerdings nicht auch, dass ich dafür gar keine Genehmigung brauche, um ein solches Vorhaben umzusetzen, sondern dass ich dann einfach nach den jeweils sonst zur Anwendung kommenden Materiengesetzen eine entsprechende Bewilligung brauche. Für meine Massenabfalldeponie mit beispielsweise 300.000 Kubikmeter ist dann keine Bewilligung nach dem UVP-Gesetz erforderlich, sondern eben eine solche nach dem Abfallwirtschaftsgesetz. Das bedeutet aber auch nichts anderes, als dass die inhaltlichen Standards grundsätzlich gleich bleiben.